Okay, Helga, du hast jetzt ein neues Anliegen. Er war zur Begutachtung. Und Helga hat schon ein bisschen weiter oben angefangen. Und zwar... Genau, Helga, du nimmst auch schon was für dich mit. So, also Helga, wenn ich das sehe. Mein Mann hat Pflegegrad 1. Aber es geht bei ihm immer schlechter. Er dementiert, an dementsprechend erkrankt zu sein. Wie habe ich das so schön gelernt? Ein Mensch mit einer demenziellen Veränderung. Seht ihr? Das klingt auch sehr wertschätzend, sehr weich, sehr sachlich. Ja, so können wir ihn sehen. Ja, erst mal ganz stark für dich. Das ist nicht einfach. Das ist ganz, ganz schwer für alle Beteiligten. Ja, es gibt da Schulungen, es gibt da Seminare, die dir helfen können, mit dieser Situation stärker, besser umgehen zu können. Dass sie dir nicht so zu schaffen macht. Er war zur Begutachtung. Er war wahrscheinlich dabei, vermute ich mal. Sagte er wahrscheinlich nicht, was Tatsache ist. Also sagte der Arzt, dass er nicht dement ist. Sozusagen dein Mann wollte, dass der Arzt die Demenz nicht bestätigt. Das kann sein. Das ist in einer gewissen Form sein Recht, sein Wille. Er hat Angst. Das ist auch ein Thema. Demenz ist viel mit Angst verbunden. Ja, und dann schreibst du weiter. Nun ist über ein Jahr vergangen. Das wird schlimmer. Ich verstehe dich sehr gut. Du bist da als Pflegeperson, als Ehefrau da mit eingebunden. Du bist mit dieser Situation, die von alleine nicht besser wird. Du brauchst Hilfe in deiner Region. Ich würde gerne einen Antrag auf hoher Stufung stellen. Aber ist, ich weiß, er wird abgelehnt. Nö, wird er nicht. Nein, Helga, keine Knoten im Kopf. Bitte, du verdankst dich schon für die anderen Kommentare, die die Leute schreiben. Die machen dir nämlich ganz viel Mut. Helga, binde deinen Arzt mit ein. Filme Situation. Zeichne sie auf mit einem Diktiergerät oder irgendwas. Er stelle ein, ja, ich finde Tagebuch, wo man nur sowas schreibt, ist zu wenig. Das ist von früher. Helga. Unbedingt. Unbedingt wehren. Ich weiß, wie schwer es ist. Denn Schmerz kommt hier durch den Stream bei uns an. Das ist nicht einfach. Wir denken dann, er wird abgelehnt. Also wenn wir schon so denken, dann denken wir, was alles schief geht und was alles nicht klappt. Und das ist alles doof. Und du darfst es auch lassen. Du darfst, du musst keinen Höherstufungsantrag stellen. Du kannst, du kannst dann nicht mehr machen, weil du erschöpft bist. Weil alles sehr belastend ist. Richtig. Und das ist, finde ich, eine große Sauerei gesellschaftlich. Alles euch in die Schuhe schieben zu können und zu sagen, macht ihr mal. Du hast die Möglichkeit, einen gesetzlichen Betreuer für deinen Ehemann zu beantragen, weil du dich auch nicht mehr drum kümmern kannst. Du willst das nicht. Er lässt sich nicht helfen. Du gibst ihn sonst bei der Polizei nächste Woche ab. So. Schreibt ihm das. Die sollen sich drum kümmern. Dann sollen die doch sehen, wo er wohnt. Da muss man hart sein. Und ich weiß, dass das Ganze als Angehöriger sehr schwer ist. Also auch ich, wenn ich in der Familie Anliegen habe oder Menschen, die mir sehr wichtig sind, hole mir einen Profi, einfach damit er neutral bleibt. Damit er das Ganze, ich bin da emotional manchmal drin. Und übersehe vielleicht auch etwas oder meine etwas zu gut. Halte zu lange an etwas fest. Weil es da eine gewisse Sachlichkeit braucht. Auch damit die Gesamtsituation besser wird. Helga. Ich wünsche dir Türen, die sich öffnen, die du siehst, wo Hände rausstrecken und die du nehmen darfst. Eine helfende Hand aus einer neuen Tür, die dich einlädt, mitzukommen. Hier über den Chatbereich können wir solche Anliegen nicht lösen. Das funktioniert nicht. Es braucht mehr Zeit. Es braucht mehr Information. Es braucht deine Akte zuerst. Auch bei dir ein Dokument oder wenn du vielleicht etwas älter bist und das nicht kannst. Du kannst aber die Sachen alle ausdrucken, alle sammeln als echte Akte. Das ist schon wertvoll. Vielleicht kann ein junger Mensch dann ein Video machen. Der filmt das dann von oben und blättert dann um. Das wäre wertvoll. Das ist dann so etwas Ähnliches wie ein PDF. Ja, solche Sachen. Dann hätte man das digital online. Dann kannst du das schicken. Du kannst es weiterreichen. Du kannst es an fünf Leute gleichzeitig geben. Und du bekommst fünf gute Antworten. Liebe Helga, du kannst gewinnen. Du wirst gewinnen. Du schaffst das. Vielleicht kleine Mäuseschrotte vorwärts. Ja, es war nicht einfach, dass vielleicht dein Mann dann bei dem Verfahren nicht so verständnisvoll war. Nicht so sehr mitgeholfen hat. Ich kann dich sehr gut verstehen. Liebe Helga, bitte. Schlaf eine Nacht drüber und entscheide selbst, wie du mit der Situation umgehen willst. Und ich habe auch Verständnis, wenn deine Kraft dafür nicht ausreicht, dann vielleicht habt ihr Kinder, vielleicht gibt es Nachbarn, vielleicht gibt es irgendjemand, eine gute Freundin, eine Bekannte. Vielleicht in der Kirche oder im Feuerwehrverein oder was es so alles gibt. Bohlen und so. Verstehst du? Ein Buchverein. Hmm. Vielen Dank.